jetzt sind wir schon am nächsten stand hier bei der firma lens spur 0 da habe ich mir eben die infos reingeholt was steht hier neues und das sind zum einen die beiden schürzenwagen schürzenwagen erste zweite klasse ganz neu kommt bald in auslieferung oder zeitnah hier haben wir den erste klasse wagen also ich freue mich tierisch drauf auf die schürzenwagen haben wir auch schon gut vorbestellt als nächstes wo du da schon richtig bist der schwerlastwagen jetzt setze in bewegung der e 44 dran passt auch perfekt zu den schürzenwagen dann steht dort mit der dampflok der baureihe 86 der schwerlastwagen ss y 45 ist bei noch epoche 3 db und dr kommen auch bald in die auslieferung als nächstes habe ich was ganz ganz neues für euch ich darf nicht fallen lassen absolutes handmuster akkutriebwagen baureihe 150 ein riesen trümmer den kenne ich noch aus meinen alten zeiten bei kato hobby train vielleicht mal das glaube ich auch in spur end gemacht genau und hier hat lens ja mal ein richtiges modell gemacht in spur 0 da hat man was in der hand absolut genial darf ich dich kurz fragen weißt du wann das kommt dirk das modell für den eta der wird also frühestens im kommenden jahr also frühestens im kommenden jahr aber wie man lens kennt lens ist meistens schon recht schnell die kriegen das ganz gut hin wenn die mal einen termin raushauen dann kann man von ausgehen dass sie sich auch dran halten ich muss mal ganz kurz den instagram leuten sagen jetzt ist schluss sie sollen rüber kommen so instagram lieber max ich danke dir für deine geduld hier hinter der kamera es ist vorbei wir gehen raus ja geht auf modellbahnunion.com und jetzt ist fertig ja da könnt ihr es sehen okay okay wir er